Hier stellen wir unseren Kombi-Kinderwagen Scala und seine wichtigsten Funktionen vor. Auch auf unebenem Gelände bleibt der Scala, wo er bleiben soll. Ein kurzer Fußdruck genügt und schon ist die Bremse eingestellt. Die gefederten, großen und ausgeschäumten Vollgummiräder sorgen sowohl in der Stadt als auch im Gelände für eine ruhige und entspannte Fahrt. Maximale Bewegungsfreiheit in jeder Situation. Wenn das mal nur in eine Richtung geht, lassen sich die wendigen Räder auch fixieren. Zum Reifen wechseln oder um noch mehr Platz zu sparen, lassen sich die Reifen der Scala ganz einfach abmontieren. Das Sonnendach mit einem UV-Schutz von 50 plus lässt sich flexibel ausklappen. Dank der Fenster findet im Inneren des Wagens ein gesunder Luftaustausch statt. Außerdem haben die Eltern ihr Baby so immer im Blick. Der Teleskopschieber kann im Handumdrehen von 94 auf 110 cm an die individuelle Körpergröße angepasst werden und macht das Schieben kinderleicht. Der große Korb bietet Platz für alles, was mit muss und lässt sich jederzeit bequem erreichen. Mit unserem Cirque Air System schläft das Baby nicht nur bequem, sondern auch gesund. Dazu gehört die atmungsaktive Premium-Matratze von Träumeland. Mit vertikalen Belüftungskanälen, die maximalen Liegekomfort und einen gesunden Schlaf versprechen. Um die Luftzirkulation im Wagen noch weiter zu optimieren und Wärmestau zu vermeiden, beinhaltet auch die Wanne Luftlöcher ohne Luftzuggefahr. Das Kind ist im Auto eingeschlafen? Mit dem optionalen Universal-Adapter kann der Scala auch mit der Babywanne genutzt werden. Möglich ist das mit vielen Modellen von Maxi Cosi, Cybex, HTS und Joy. Da es sich beim Scala um einen Kombiwagen handelt, wird er mit Babywanne und Sportsitz geliefert. So kann er später ganz einfach zum Buggy umgebaut werden. Die gepolsterte Rückenlehne und die verstellbare Fußstütze sind von der Sitzposition bis zur vollständigen Liegeposition verstellbar. Natürlich ist der Sportsitz ebenfalls mit einem ausklappbaren Sonnendach ausgestattet. Mit Sicherheit eine gute Wahl. Unser 5-Punkt-Gurt-System und der abnehmbare, schwenkbare Frontbügel. Bei uns geben die Kinder die Richtung vor. Der Sportsitz kann in Fahrtrichtung oder mit Blick auf die Eltern montiert werden. So oder so, die Funktionen der Scala bleiben dabei alle erhalten. Wie der Sportsitz auch montiert ist. Der Scala lässt sich mit ein paar Handgriffen auf sportliche 79 x 61,5 x 31 cm falten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.